Herzlich willkommen zum Schulungsvideo Vereinsdaten. Über den QuickLink Vereinsdaten gelangen Sie zur Übersicht Ihrer Stammdaten und können diese mit Hilfe der Funktion Vereinsdaten bearbeiten anpassen. Dies geht ebenfalls über die Menüleiste. Unter dem Menüpunkt Vereinsdaten befindet sich die Funktion Vereinsdaten bearbeiten. Sollten Sie die Bearbeitung Ihrer Daten unterbrechen müssen, können Sie die Vereinsdatenänderung jederzeit speichern. Im Menüpunkt Anfragen finden Sie die begonnene Vereinsdatenänderung und können diese innerhalb der kommenden vier Wochen jederzeit fortsetzen oder löschen. Sobald Sie die Vereinsdatenänderung rechtsverbindlich versendet haben, wird sie ebenfalls hier abgelegt. Der Status der Änderung wechselt dann von Bearbeitung auf übernommen und die Änderung kann nicht mehr gelöscht oder überarbeitet werden. Die weiß hinterlegten Felder können von Ihnen geändert werden. Die grau hinterlegten Bereiche sind für die Dateneingabe gesperrt. Alle orangefarbenen Punkte sind Pflichtfelder. Die Felderstraße, Telefonnummer und E-Mail-Adresse haben eine Syntaxprüfung. Im Bereich der Adresse muss das Wort Straße mit SZ und ausgeschrieben werden. Die Telefonnummer ist im Format plus 49 Leerzeichen, Vorwahl, Leerzeichen, Telefonnummer anzugeben. Dies gilt auch für Handynummern. Im Feld E-Mail muss eine Zeichen und ein Punkt vorhanden sein. Im neuen Serviceportal stehen Ihnen jetzt drei datenschutzrelevante Felder zur Verfügung. Wenn Sie auf den Link klicken, wird in jeweils die entsprechende Bedeutung angezeigt. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den Stammdaten des Vereins um keine personenbezogenen Daten handelt. Sollten bei der Eingabe Probleme aufgetreten sein, werden diese durch einen roten Rahmen angezeigt. Über das Ausrufezeichen erhalten Sie einen Hilfe zum aufgetretenen Problem. Haben Sie alle Änderungen erfasst, drücken Sie auf Weiter. Im zweiten Schritt geben Sie Ihre Kontaktdaten an, können eine Bemerkung abgeben und bestätigen die Richtigkeit der gemachten Angaben sowie die Kenntnisnahme der Datenschutzhinweise. Sobald Sie die Vereinsdatenänderung versenden, werden die Daten im System automatisch übernommen.